Leo, der neugierige Lastwagen Schaut mal, da ist Leo, der neugierige Lastwagen. Und wer ist hier denn noch auf dem Spielplatz? Das sind zwei Bagger, die mit einem Ball spielen. Und hier haben wir zwei Boote, die auf dem See schippern. Das kleine Boot zieht Kreise um das große Boot herum. Die beiden scheinen ja einen Riesenspaß zu haben. Leo, möchtest du auch einen Spielkameraden? Aha. Sollen wir einen Freund für dich finden? Hier sind zwei Kräne. Sie sind aber sehr beschäftigt. Sie bauen neue Gebäude aus Blöcken. Lass uns weitersuchen, Leo. Schau mal, hier haben wir Fahrzeugteile. Wir können daraus einen Lastwagen bauen. Genauso einen wie dich. Magst du eine rote Kabine? Die gefällt dir also nicht. Wie wäre es mit einer grünen? Auch nicht? Du möchtest also die blaue. Gute Wahl, Leo. Die Kabine montieren wir an das Fahrgestell. Räder. Kotflügel. Und jetzt noch eine Ladefläche. Oh. Diese Ladefläche sieht deiner aber gar nicht ähnlich. Die grüne passt auch nicht. Oh. Aber hier haben wir eine rote. Genau wie deine Ladefläche. Schau mal, Leo. Unser kleiner Lastwagen ist fertig. Das ist Leo Junior. Hallo, Leo Junior. Jetzt hast du einen kleinen Bruder, Leo. Zeigst du ihm, wie man spielt? Ja. Toll. Leo und Leo Junior spielen Ball. He he. Ciao. suited partnerships. te bra Egg. BRchariat. iera. ...eprolat.